So, damit herzlich willkommen zu einem neuen Videomodul der Kompetenzentwicklung bzw. Wirtschafts-Didaktik 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir widmen uns heute der Fallmethode. In den letzten Videos haben wir uns die fachdidaktische Methode der Nutzwertanalyse angesehen. Wenn ihr dort noch Inputs benötigt, schaut doch gerne in der Playlist der Kompetenzentwicklung auf unserem Channel um, so wie auf unserer Webseite, denn dort findet ihr einen Fragenkatalog zu diesem Modul. Ja, zunächst einmal zum Einstieg möchte ich einfach die drei Fachbegriffe Fallmethode, Fallstudie und den Fall definieren bzw. voneinander differenzieren. Und dazu habe ich die Definition schon soweit vorbereitet, weil es ist durchaus ein bisschen was aufzuschreiben. Kann man sie wieder gut auf dem Karteikert hier notieren und dann aneignen. Ich packe euch die Definition auch unterhalb des Videos in den Videobeschreibungen hinein. Also wenn ihr es nicht abwarten könnt, könnt ihr direkt abgreifen. Am Ende des Videos habe ich allerdings noch was zum Kompetenzbereich der ökonomischen Bildung zu erzählen. Also welchen Beitrag leistet die Fallmethode im Zuge der Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler oder welchen Beitrag kann die Fallmethode leisten? Zunächst einmal die drei Definitionen hier. Wir haben einmal den Fallbegriff, dann Fallstudie und Fallmethode bzw. Fallmethodik. Man spricht auch davon, jede Methode hat eine Methodik. Ich verwende die beiden Begriffe häufig auch als Synonym. Müsst ihr mal schauen, wie das bei euch in den Veranstaltungen gehandhabt wird, ob dort eher von der Methode oder von der Methodik gesprochen wird. So, das aber nur am Rande. Erstmal der Fallbegriff. Und zwar der Fall. Beschreibt eine Situation aus der Lebenswelt oder Berufswelt der Schülerinnen und Schüler. Bestehend aus der Situation selbst, dem Inhalt und der Handlung. Jetzt seht ihr hier drei englische Begrifflichkeiten. Kontext, Content und Prozess. Das sind die drei Bestandteile des ökonomischen Falls. Öko-no-mischer Fall. Diese drei Begriffe schauen wir uns dann im nächsten Video nochmal konkret an. Ich schreibe nochmal schon mal hin. Ökonomischer Fall, falls ihr es nicht abwarten könnt. So, das einmal zum Fallbegriff. Sollte, denke ich, relativ flott gehen, sich den Begriff einmal anzueignen. Dann haben wir die Fallstudie. Und zwar, diese zielt auf die analytische, diskursive und konstruktive Auseinandersetzung mit realitätsnahen Problemsituationen und Entscheidungssituationen. Und damit ist dann, oder darunter fällt auch das Situationsprinzip, welches wir ja in der Wirtschaftsdidaktik 1 kennengelernt haben und differenzieren zum Wissenschafts- und Persönlichkeitsprinzip. Schaut euch die drei Prinzipien nochmal an. Werdet, denke ich, in einer Klausur, in einer Wirtschaftsdidaktik 2-Klausur, in einem vertiefenden Modul nicht mehr abgefragt. Das sind so Basics, die müsst ihr eben draufhaben. War übrigens auch Thema bei mir in der Bachelorarbeit, in der Abschlussprüfung. Und von daher, also hierzu könnte ich sehr viel mittlerweile erzählen. Dann haben wir hier noch einen Satz. Und zwar, Schülerinnen und Schüler sollen zu einer problemorientierten und entscheidungsorientierten Analyse befähigt werden. Und damit schließen wir den Begriff der Fallstudie dann auch schon ab. So, kommen wir zum letzten Begriff, und zwar die Fallmethode bzw. Fallmethodik. Wird im Allgemeinen dazu genutzt, das übergeordnete Ziel ökonomischer Bildung zu verfolgen und bildet Entscheidungen. Das ist ganz wichtig. Die Fallmethode kann auch Entscheidungen unter Unsicherheit abbilden. So, Lernende sollen zur Bewältigung der Anforderungen in ökonomisch geprägten Lebenssituationen qualifiziert werden. Ja, der Lebenssituationsansatz gehört zum Situationsprinzip. Hier haben wir dann auch sowas wie berufliche Handlungssituationen oder auch Dilemmatarsituationen. Also, wie gesagt, zum Situationsprinzip, da kann ich euch einiges zu erzählen. Aber ich habe auch soweit alles hochgeladen bei uns auf dem Channel und auf der Webseite. Schaut euch dort gerne mal um, wenn ihr dort noch mehr Input braucht. Aber es macht schon Sinn, einmal hier den Lebenssituationsansatz nach Steinmann einmal einzuordnen. Wo gehört da nochmal hin? Was hat es noch mit dem Situationsprinzip auf sich? Ich meine, ich habe auch im Fragenkatalog zur Kompetenzentwicklung, bin ich da nochmal kurz drauf eingegangen. Aber da müsst ihr selbst nochmal schauen, was ihr da braucht und wo ihr das bei uns auf dem Channel dann findet. So, ja, das zu den drei Begriffen. Ich möchte jetzt hier nochmal auf die Entscheidung unter Unsicherheit eingehen. Und zwar folgendes. Die Nutzfeldanalyse fördert oder leistet einen Beitrag zur Kompetenzentwicklung, indem die Teilkompetenz A2 gefördert wird. Und zwar die Schülerinnen und Schüler sollen befähigt werden, Handlungsalternativen zu bewerten. Und die Fallmethode deckt den gesamten Kompetenzbereich ab. Also, schreiben wir einmal hin. Das ist nämlich ganz wichtig, vor allem für die Lehrkräfte unter euch, fördert den gesamten Kompetenzbereich A. So, ich werde noch eine Übersicht hochladen, wo ich euch alle Kompetenzbereiche nochmal vorstelle, A, B und C. Nur hier möchte ich jetzt mich auf den Kompetenzbereich A stürzen, weil der eben relevant ist für die Fallmethode. So, und drei Pakete sollte man sich hier merken. Und zwar, wir haben einmal A1. Und in A1 geht es darum, Schülerinnen und Schüler zu befähigen, Situationen analysieren zu können. Situation analysieren. So, dann haben wir A2. Und in A2, das hatte ich ja schon gesagt, geht es darum, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, Handlungsalternativen zu bewerten. Handlungsalternativen bewerten. Bei der Nutzwertanalyse ist es allerdings so, dass nur Entscheidungen unter Sicherheit abgebildet werden können. Die Fallmethode kann auch Entscheidungen unter Unsicherheit abbilden. Das ist so ein wichtiger Unterschied, falls ihr mal nach dem Unterschied zwischen diesen beiden fachdidaktischen Methoden abgefragt werdet. So, ich schreibe nochmal hin, Nutzwertanalyse, Nutzwertanalyse, so. Und dann hätten wir noch A3. Und A3, da geht es darum, Handlungsmöglichkeiten zu gestalten. Also Schülerinnen und Schüler sollen dazu befähigt werden, die Handlungsmöglichkeiten auch zu gestalten. Handlungsmöglichkeiten gestalten. Man kann das Ganze jetzt noch weiter aufdröseln. Lasse ich jetzt aber mal. Ich denke, so grob sollte das ausreichen, wenn ihr diesen Kompetenzbereich A kennt mit seinen drei Teilkompetenzen. Und ihr wisst, wo ordne ich welche fachdidaktische Methode zu. Welchen Beitrag leistet diese jeweilige Methode. Und das ist so das, was ich euch noch mit auf den Weg geben wollte. Ja, und das war es soweit. Ich packe euch, wie immer, alles weitere unterhalb des Videos in den Videobeschreibungen hinein. Ich hoffe, euch konnte das Video so ein bisschen weiterhelfen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.